hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist heike von stamping and more und heute habe ich eine box nach einer idee von binibooks für euch und zwar habe ich die in einer vierer box gemacht und auch wesentlich kleiner und habe die nur mit stamping up produkten gemacht fand ich toll die idee alleine ist schon klasse und ich habe da natürlich auch eine anleitung fertig gemacht so und hier sind die einzelnen boxen die haben maß von fünf mal fünf auf fünf hoch und daneben halt oben wie ein milchkarton da passt natürlich wie ihr seht eine menge rein könnte man gut zum konfirmation zum geburtstag verschenken weil da passt wirklich viel rein so die habe ich gemacht in der variante minz makrone und marineblau finde ich sehr schön das designer papier ist aus celebration das gibt es leider nicht mehr aber da kann man wirklich reste verbrauchen so ich hoffe ich habe jetzt nicht ich knack jetzt nicht zu doll weil ich wieder ins mikrofon gekommen bin irgendwie werden wir beide glaube ich keine freunde so das ist die anleitung für dies unterteil und hier ist die anleitung für die milchkartons und auch für den henkel die tragebot ich arbeite wieder minz makrone und magenta rot und wir brauchen pro farbe von magenta rot anderthalb blatt farbkarton und hier brauchen wir zwei platte karton warum zeige ich euch so jetzt machen wir erst mal eben das unterteil fertig das ist 18 5 mal 18 5 mal 18 5 schneiden den brauchen wir so nicht mehr weil wir falzen jetzt schneidklinge weg und jetzt falzen wir ringsherum bei zwei zentimeter habe ich da heute meine probleme so erstmal bei zwei das ist eigentlich relativ schnell gemacht so und dann müssen wir andere seite bei vier bei zwei und bei vier falzen wir einmal ringsherum so und das war das buch entschuldigt bitte ich wollte euch nicht anstoßen nicht besoffen sein so sagen wir es mal eben so ein bisschen grob vor falzen ich glaube ihr seht schon wie die box dann wird auch mal eben zur seite wo ist mein falzwein ist hier meine schere ist da so jetzt schneiden wir erstmal eben und zwar zeige ich euch das gleich jetzt seht ihr warum vor gefalzt immer ich schräge das immer leicht an denn ist es besser beim nachher verkleben wie ihr das nun schneidet ob jede seite anders schneidet ist euch überlassen ich mache das immer auch gegenüberliegend finde ich schöner hier seht ihr das mit drehe ich das einmal um dann macht auf der anderen seite noch mal das ist eigentlich relativ einfach aber so wird die box schön stabil wenn dann nachher nach der hänkel noch mit rein kommt wird sie dann noch so ein bisschen stabiler der will nicht noch mal eben schrägen anschrägen das war jetzt das unterteil der box wo die mit dem mich karton reinkommt wie gesagt ihr bekommt von mir eine anleitung die habe ich auch selber erstellt die maße sind alle von mir so jetzt halte ich den noch mal eben nach die vier brauchen wir jetzt brauchen wir und zwar ihr seht ich habe da wirklich nur einen kleinen klacks drauf mal eben kurz anziehen lassen schön auf naht auf naht so wer noch interesse daran hat an einen live workshop der kann sich gerne noch das video angucken was ich schon online gestellt habe das ankündigungsvideo für den ersten mai möchte ich gerne mit euch das beleuchtete aquarium basteln finde ich sehr schön ist eine tolle geschenk verpackung könnte man noch umbauen für die hochzeiten konfirmation wie gesagt schaut euch das video an was ich dann davor vor diesem gepostet habe dann seht ihr das eben immer kurz denkt dran tombo immer kurz anziehen lassen das ist ganz wichtig dann klebt der auch bei tombo brauchen wir wirklich nicht so viel ich knick das jetzt ein kleines bisschen nach außen und klebe jetzt erst die seiten gegenüber liegen wo die laschen drin sind ich weiß nicht warum aber was mache ich schon immer so und mit dem falzbein dann wieder nacharbeiten wie gesagt der tombo muss erst anziehen hier genauso hier so hier so hier so Das ist immer das, was am längsten dauert, weil das muss anziehen. Aber ihr seht schon den Grundriss. Das ist die Box, die haben wir schon fertig, was ich jetzt noch mache, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, hier habe ich noch ein Band in Minzmakrone rumgemacht. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch aktuell ist, weil ich habe so viele Bänder und ich muss mal langsam anfangen, meine Bänder zu verarbeiten. Und daher habe ich mir gedacht, ich nehme da mal so ein Band und mache das mit doppelseitigem Klebeband fest. Ich schalte euch mal eben ganz schnell. So, was wir hier machen, ist mal am Ende machen wir zwei schmale Stücke drauf. Dann können wir das auch noch befestigen. Und so haben wir unsere Deko für die Box auch fertig. Ach, da ist er. Kannst du sagen, wo haben wir den denn gelassen? Gut, das war das Unterteil der Box. Ist natürlich ein Kontrast jetzt mit Minzmakrone und Magenta Rot, aber okay. Dann machen wir uns jetzt mal an die zweite Seite und zwar die Milchkartons. Vier Stück brauchen wir davon. Ihr kennt mich ja, ich habe ja schon welche fertig gemacht. Ich habe drei Stück schon fertig. Jetzt kommt Nummer vier und zwar brauchen wir hier unser Stück Minzmakrone. Das habe ich jetzt geschnitten. 4,5. Äh, Quatsch. 14,5. Da seht ihr das. Jetzt müssen wir falzen und zwar gucken, wo ist die Schneidkante. Gibt es nicht, weil ich möchte natürlich die saubere Kante oben haben. Das ist hier. So, ein Zentimeter. Dann drehen wir das um. Und zwar haben wir hier eine Tabelle, wo geschnitten wird bei 1, bei 14,5, bei 9,5. Bei 4,5, nicht 14,5. Ja, habe ich auch geschrieben. 4,5. Falsch vorgelesen. 4,5 und 9,5. Ja. Dann drehen wir das. Und hier falzen wir bei 1. Schieben rüber. 5, 10, 15. So, jetzt schiebe ich euch jetzt mal eben ganz nach oben. Die anderen Boxen mal eben wegpacken. Weil, jetzt schneide ich nochmal eben. Ich bin ja von Haus aus faul. Ich hoffe, das könnt ihr sehen. Und zwar... Hier habe ich ja die Falzlinien. Und bis zu dieser ersten nach oben muss geschnitten werden. Zeige ich euch gleich, warum. Und wir können ja anhand dieser Nase genau sehen, wo wir schneiden. Seht ihr, wie schön sauber das geht? Sauber und einfach. Das ist so toll mit dem Schneiden mit dem Falzbrett. So. Das war das. Mal eben meine Beschreibung wieder hochholen. Und zwar, wie ihr hier in der Beschreibung seht, das gestreifte, dieses gestrichelte, das wird weggeschnitten. Das schneide ich jetzt weg. Denn das brauchen wir nicht. So, was wir jetzt noch machen müssen, und zwar hier oben. Die einen Kerbung, die habe ich nämlich jetzt wieder vergessen, und zwar bei... Es steht hier auch drin, bei 7,5 und 17,5. So, 7,5. So, und die machen wir wirklich nur bis zur ersten... So, und jetzt muss ich das doch auch machen, weil ich brauche 17,5. Und wir brauchen auch gleich mal eben unser Falzbein und Lineal. Denn wir müssen das jetzt schräg falzen. Das geht aber ganz einfach. Wenn ich denn mein Lineal habe, da habe ich es. So, und zwar... Da steht ja hier oben die Linie, die wir eben gefalzt haben. Und da müssen wir jetzt bis zur Ecke hin. Da braucht ihr auch nicht fürchterlich dolle aufdrücken. Das geht nachher, wenn ihr die Box zusammengebaut habt, ganz automatisch. So. Machen wir eben. Ja, wenn ihr da irgendwas knurren hört, das ist mein Hund, der hört wieder die Flöhe husten. So. Das heißt, ich kann schon mal falzen. Wir machen gleich, aber bevor wir es zusammenbauen, erstmal eben die Deko drauf. Das obere wird genau entgegengesetzt, gefalzt. Nur zur Info. Weil, das ist natürlich das Teil hier oben. So. Da wird gleich Klebewand drauf gemacht. Und hier kommt dann auch gleich die Deko schon mal drauf, bevor wir es zusammenkleben. So. Doppelseitiges Klebewand. Man kann es auch mit Tombow machen, aber ich mache das immer gerne mit dem Doppelseitigen. Das ist immer sehr schön. So. Dann brauchen wir jetzt unser Dekopapier, Designapapier. Hier. Ich habe das schon mal zugeschnitten. Und zwar habe ich jetzt vier Stücke, viereinhalb mal viereinhalb. Dann gucken wir rum. So rum denke ich mal, ist besser. Den machen wir da hin. Und den machen wir da hin. So. Kleber brauchen wir. Da habe ich euch schon mal einen tollen Halter gezeigt. meinen Tombow Halter. Den habe ich von meiner Ablein von Lena Marx vom Team Stempeltisch bekommen. Danke nochmal Lena. Tolles Teil. Passt super. Und der Tombow ist immer parat. So. Den können wir jetzt zumachen. Wo habe ich denn meinen Pixer? Da habe ich meinen Pixer. Wenn der hier etwas übersteht, ist nicht schlimm. Das könnt ihr so abschneiden. Das passiert manchmal. Das ist jetzt nichts weiter dramatisches. Das kann immer mal sich um ein, zwei Millimeter ein bisschen. Na zwei nicht. Aber eher um ein bisschen variieren. Aber das ist okay. So. Das ist fest. Ja. So. Und jetzt sind hier die beiden Kerbungen, die wir haben. So. Und jetzt, wenn ihr jetzt wollt. Wenn ihr jetzt das erstmal eben unten zu macht. Und das hinstellt. Könnt ihr das so. Seht ihr? Hier. Also es ist nicht viel Gewalt hier. Wird benötigt. Sondern das ist schon okay. Ich hatte auch mir mal eine Klammer rausgeholt. Um das hier fertig zu machen. Die ist weg. Nehmen wir die. So. Das heißt, wir müssen jetzt unten mal eben kleben. Tombo wieder nehmen. Ja. Okay. Das war's. Wieder. Innen machen. Sehr schön. Und wir haben hier den kleinen Schmetterling. den habe ich aus der Stanzform von dem Produktpaket. Ja. Das ist jetzt weg. Wo habe ich das denn? Das ist weg. Das sind die Muscheln. Hier kommt alles weg. Alles Beine. Ich zeige euch das nachher. Ich blende euch das nochmal eben ein. Hm. Das finde ich jetzt ja echt komisch, dass das jetzt auch weg ist. Die Klammer ist weg. Das Stempelset ist weg. Gut. Ihr seht. Also bei mir ist das auch alles nicht so wie es sein soll. So. Hier habe ich wirklich jetzt nur in der Mitte ein bisschen Kleber drauf gemacht. Jetzt mal eben gucken. Dann kommt der jetzt so. So. Die können wir schon mal reinpacken. Uns fehlt jetzt gleich noch der Halter. Den werden wir gleich noch fertig machen. Und eben der Spruch. So. Ne. Andersrum. So. Da seht ihr das schon mal. So. Hier seht ihr den Halter. Den machen wir jetzt. Da brauchen wir von dem Magenta Rot. Gut. Habe ich hier. Eins. Ach. Ich habe das Stempelset gefunden. Das habe ich extra schon hingelegt. Und zwar Butterfly Brilliance. Aber. Das ist ja nun. Weil da keine Sprüche drauf sind. Haben sie den englischen Spruch gelassen. Und hier sind die Stanzformen drin. Und zwar hier sind die kleinen Filigran Schmetterlinge drin. Das ist ein ganz tolles Set. Wer das haben möchte. Das ist jetzt bestellbar. Das ist das einzige Produktpaket schon aus dem neuen Jahreskatalog. Der am 3. Mai Gültigkeit hat. So. Hier habe ich jetzt. Das ist jetzt übrig von 2 mal Magenta A4. So. Und zwar habe ich hier unten geschrieben. Wir brauchen 10 mal 21. Das habe ich hier 2 mal. Und das falze ich jetzt gleich bei 5 Zentimeter. Jetzt zeige ich euch gleich warum. 5 Zentimeter. Einmal. Ne? Hierher. Zweimal. So. Und zwar. Dieses Teil wird so zusammengeklebt. Zeige euch das. Und dann kommt das hier rein. Wird das hier rein geklebt. Das ist dann der Halter. So. Das machen wir mal eben fertig. Wir kleben jetzt mal eben. Hält. Passt. Wackelt und hat Luft. Ihr wisst. Tombo. Kann man schieben. Hier wird es Tombo. Kann man schieben. Und da habe ich mit den. Und da habe ich mit den. Da sind sie. Lagenweise. Bestickte Rechtecke. da habe ich mit gearbeitet. Und zwar. Ich glaube das ist dieser hier. Ja. Der ist das. Es ist jetzt zweilagig mit den Stanzen. Das wird jetzt so ein bisschen. Hm. Ja. Ich muss erst mal eben aufräumen. Ich komme da gar nicht ran an meine Stanzmaschine. Weil das alles vollgepackt ist. Dann machen wir das jetzt mal eben hier drauflegen. Nein. Ich habe hier. Wie ihr seht. Die Ecken abgerundet. Das mache ich jetzt auch mal eben vorher. Ist doch ganz schön. Mit meinem Ecken abgerundet. Das ist von der Quarpedal. Ne. Der nicht. Der. Ne. Doch die andere Seite. So. Und zwar könnt ihr das hier sehen. Einmal. Zweimal. Zweimal. Und jetzt. Muss man eben. Hier so ein bisschen. Ja. Jetzt machen wir den hier rein. Und so ein bisschen. Dass da. Da. Und da. Immer der gleiche Abstand ist. Ich versuche es zumindest. Und mache es ein bisschen weiter in der Mitte. Ich versuche es hier auch. Weil. Ein bisschen mehr Kraft dann eventuell ist. Hoffe ich jedenfalls. Ja. Wobei das nachher gar nicht auffällt. Ich muss mal eben meinen Tisch hierher schieben. Ich habe gehört. Dreimal habe ich es jetzt gemacht. Na doch. Noch nicht so wirklich. Ach doch. Geht. So. Da habt ihr das. Das ist über. Das braucht kein Mensch. Die mal eben wieder reinpacken. Ihr seht das ist ein bisschen. Das lohnt sich wirklich. Die brauchen wir nicht mehr. Nein. So. Achso. Hier hatte ich ja die Klammer weggenommen. Ich habe sie übrigens wieder gefunden. Seht ihr. Es fängt sich doch wirklich alles wieder an. So. Dann können wir das gute Teil da mal reinkleben. Wo ist jetzt vorne? Der ist vorne. Und das ist auch vorne. Passt doch. Nehmen wir wieder Kleber. Da bin ich ein bisschen großzügig. Weil. Ich möchte ja nicht, dass das wieder da raus geht. So. Und das ist hier unten jetzt zehn mal zehn. Und die Box ist ein bisschen größer. Somit könnt ihr das so ein bisschen mitteln. Klasse. Das sieht doch echt schon toll aus. So. Für oben habe ich mir ein Schmetterling ausgestanzt. Und zwar aus dem Papier auch. Den möchte ich dann hier oben haben. Nehme ich den. Nehme ich den. Nehme ich einen großen. Nehme ich einen kleinen. Ich kann auch. Könnte auch einen ganz großen. Nehme aber einen ganz großen. Hm. Ich habe ja so ein paar. Nehmen wir den. Nehmen wir den. Der ist sehr schön. Was meint ihr? Ja ne? Der ist okay. Schmetterlinge, wisst ihr von mir, werden immer so gestaltet, dass die 3D mäßig, als wenn die fliegen. Ja. Den können wir schon mal eben wieder Kleber ran machen. Ja. Von der anderen Seite können wir den anderen halt nicht nehmen. Jo. Der ist von der Größe her fast identisch. Ist etwas anders an der Form, aber das ist jetzt nicht weiter schlimm. Dann haben wir beidseitig Schmetterlinge. So. Das sieht doch dann vernünftig aus. Ja. So. Wir brauchen jetzt noch den Spruch. Und zwar habe ich hier genommen ein kleiner Gute-Laune-Gruß. Fand ich eigentlich sehr schön. Der ist aus dem Set Gute-Laune-Gruß. Und zwar nur den Spruch. Kleiner Gute-Laune-Gruß. Hier habe ich das. So. Jetzt brauchen wir Flüsterweiß. Noch ein Rest. Mal gucken. Haben wir hier. Oder Grundweiß. Ich arbeite eigentlich mit beiden mittlerweile. Irgendwie finde ich den Unterschied nicht wirklich. Achso. Ne. Wir stempeln erstmal. Würde ich jetzt mal sagen. So. Womit stempeln wir? Farbmäßig. Ich würde sagen Anthrazit. Basic Grey. Anthrazitbrau. Oh. Wir sind jetzt schon gleich eine halbe Stunde online. Das ist ein langes Video. So. Ich glaube, ich habe jetzt auf den Kopf gestempelt. Oh. Oh. Das Stempelkissen ist auch sehr saftig. Ich stempel den zweimal. Weil ich den Spruch auf beiden Seiten mache. van der schnabe. So. Ja. So. Den schneiden wir jetzt. Und wir brauchen auch diese Reste von Minzmakrone und Magenta roh. hier mal eben so ein bisschen abschneiden das hatte ich 8 cm und den mal eben ein bisschen wegschneiden und dann auf 2 cm der hat ein bisschen mehr das ist auch 2 cm das heißt der ist jetzt zweimal acht jetzt möchte ich noch mal eben magenta rot haben da habe ich mal den tag rot zweieinhalb ist das zweieinhalb das heißt achtenhalb zentimeter andersrum achtenhalb zweimal den kleben wir dann da drauf und dann kommt gleich noch mal eben einmal mens makrone dann haben wir alle farben die wir hier verarbeitet haben drauf dazu muss ich jetzt aber erst mal eben mensch makrone holen aber dann haben wir mehr als genug beste das heißt drei zentimeter ich habe immer einen halben zentimeter jetzt mehr genommen mal neun und dann sollte es eigentlich passen jetzt kleben wir das alles eben zusammen und dann haben wir auch gleich die box fertig können wir noch ein bisschen bling bling machen müssen wir aber nicht da arbeite ich auch noch nicht mal mit der menschennilz das ist die erste box wo ich nicht mit der menschennilz oder überhaupt das erste projekt wo ich dann nicht mit arbeite sonst sind immer irgendwo der menschennilz drin ja nummer eins nummer drei sieht gut aus das können wir dann jetzt auch kleben gerade kann jeder noch war das so oder andere seite nach und dann sind wir auch gleich fertig sehr schön gefällt mir diese box die ist hier kippt jetzt auch nicht oder irgendetwas die ist schon wirklich super so jetzt seht ihr das zwei boxen zwei verschiedene farben klasse oder und da kann man echt was mit anfangen weil die sind auch sehr stabil die könnte man auch für weihnachten machen für die vier advents sonntage wäre auch eine idee wenn man keinen kalender für 24 projekte machen will sondern wirklich nur ein mit 24 sonntage so das war meine idee ich hoffe die hat euch gefallen wie gesagt die pdf anleitung findet ihr auf meinem blog da könnt ihr euch herunterladen und ich wünsche euch allen noch eine schöne zeit sagt kreativ bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten video tschüss tschüss